ARD Text im Auftrag von SWISS TXT Herzlich Willkommen Leute zu... Warte nochmal, 3, 2, 1... Herzlich Willkommen Leute zu Fabelcraft... Ah, fangen wir einfach an, ich verk... Ja, der Clash King bekommt es leider nicht auf die Reihen an, Moderation zu machen... Deswegen mache ich sie jetzt... Willkommen zu Fabelcraft... Bei mir ist es jetzt die achte Folge, glaube ich... Und... Ich bin gestorben, bevor ich ins Wasser springen konnte, wie ihr vielleicht in der letzten Folge gesehen habt... Ich drück auf Respawn und... Okay... Erstmal hol ich meine Sachen jetzt wieder... Best Bet Bet ist nachts, bis ihr davon rausgehst... Ist doch egal, ob ich jetzt rausgegangen wäre oder nicht... Ey, also gehst du jetzt nicht ins Bett... Gehst du jetzt ins Bett oder... Doch, ich bin jetzt ins Bett... Okay, dann geh ich auch jetzt... Okay... Schlaf, schlaf, schlaf... Okay... Schlafen... Schlafen... Gut... So, jetzt muss ich mal gucken, wo... Der liebe Wall-Lie meine Kiste hingestellt hat... Dachen mit... Na... Auf jeden Fall ist der Battle Tower tot... Also der Golem... Das... Ja, das ist das Wichtigste... Das ist das Wichtigste schon mal... Äh, wo sind meine Jumpschuhe? Oh, ich glaube, es lässt du mich... Ähm... Ist das meine gleiche gewesen oder das hier? Oder die hier? Und die der identifizierbaren Loot-Buddy... Okay... Da unten ist Gold... Da unten ist... Eine Leiche und noch eine Leiche... Die hier muss... Ja, das ist deine... Jetzt muss ich erst mal suchen, wo meine Kiste gemacht wurde... Wanda meint... Jumpschuhe aber auch egal... Ich geh's aber nur nachschauen... Ja, ich bring dir jetzt... Seine Sachen grad nicht... Mit euch meine Kiste such... Ja, tu auch nicht, tu auch nicht... Hast du auch nicht? 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 Nein... Egal, ich geh... Oh, ich geh... Entschuldige, ich geh... Entschuldige, ich geh... Das ist meine Sache lieber... Was bietet... Ein Russland... Wo kann meine Kiste sein? Dann... Und dann guck ich mal oben beim... Wolli... Da hingeh... Und ich seh den... Wohle... Ich raste aus... Ich mein's ernst... Scheiße... Kann man irgendwie von... Den Bäumen... Von den... Apfelbäumen hier... Setzlinge bekommen? Äh... Ja... Mal so den Apfelbaut... Ah, hier ist ein Leischen! Da ist noch... Da ist ein Axt drin... Und... Trotz des Leischen... Ich nehm's mal mitgeben... Hm... Wegen mir aber... Alper... Eigentlich meine Sachen hat ja... Der... Chris mitgenommen... Und ich riech... Teich... Die Kette... Da erstmal lang... Schau ich jetzt mal... Bei ihm hier oben... Mal lieber wirklich vorbei... Nein, das ist nicht meins... Ja... Okay, das hier ist meins... Protection... Aqua Infinity... das ist meins das ist meins und eine Eisenschaufel war mir äh, bring mal die Axt bitte mit äh, brauchst du die Axt, Steinachs ja klar uh, hier ist auch ne Leiche die zweite Table ok, ich hab's dann bring das war mir hat nur liegen lassen, weil ich dachte, du musst es jetzt nicht haben, darum ach so, ja dann hol ich's mir jetzt selber egal, ich hab's schon geholt oh fuck, ich hasse einfach das user join your channel warst du kurz? äh, was? ey, dass einer auf den selber gejoint warst du? so, ah, auf Teesweger ähm, nein, ich bin nirgends so gejoint ach, das ist Chris oh, Chris ist aber auch danke für meine Sachen, ich hab's ja gefunden kommst du her, ich hab dein Axt, ich hab noch ja, was macht der? ach, es hält eine Stimmung ach so, ihr nehmt auf, wo sie sich gern? guten Tag ah, toll ey nein, es ist nicht schlimm, wenn du das jetzt einfach rein bist ja, ich hab gern noch ne Folge mit aufgenommen, aber sag mal Gott her, ich schenk dir was, hier meine Axt hier, was ist denn das? keine Ahnung und einfach in den Ringstelle ich hatte vorhin den Connect verloren ach so, ja, deswegen haben wir uns gefragt, was mit der los ist ähm, das hab ich glaub ich... ach ne doch nicht ... nein, ich hab' ich keinen Diamanten okay, das ist okay, wo baue ich denn mal? muss sowas ich baue einfach was sind das hier die fehlen noch ein paar Blumen er ist ein Portal ja du weißt ja ich ein Portal machen oder ein paar Hobby fehlen ne ich weiß ja nicht was du für ein Portal machen möchtest bei dem Portal hast du jetzt einen Diamanten oder nein darf ich den Diamanten die hat ja Rolly alle äh ich hab einen jemals gefunden äh ich hab den aber besiegt ne ja das haben wir gesehen was war los bist du aus der Server irgendwie rausgezogen und rausgeworfen worden irgendwie ja hab ich gerade gesagt dann bist du ganz sorry warum was los ist denn ich hab ne Poppy gefunden noch ich bin nur noch einer ich bin nur noch einer 3 Minuten für mich noch das Wiesen und die einzigen Team haben ich habe Gras gescannt und da ist was rausgekommen Bei Birch-Sapplings kommt nichts dabei raus, bei Oak-Sapplings auch nichts, bei diesen Meteoriten-Dingern. Was macht ihr so schönes? Ich mach grad ein bisschen an Taumkraft weiter. Ach, Saumkraft. Komm kurz zu mir, kommst du kurz. Äh, was willst du machen jetzt? Ich bin doch hier. Ich krieg die Ehre. Du bist der Meister. Äh, wo bist du? Ja, bin nur da. Äh, wo bist du? Das ist mein Grundstück. Komm kurz runter, wo diese komische Karte kommt. Komm doch einfach zur Flagge, dann siehst du mich. Ja, komm, okay. Ja, okay, seh ich. Ja, hier komm. Ja, hier komm. Ja, hier komm. Da, hier. Ja. Sie nehmen die jemanden? Ja. Ja. Warum guckst du ganz die Leicht? Nein, mein Herr. Ja, komm sie kurz da runter. Ey. Kommen sie jetzt mit mir her. Hats doch mal ab jetzt kurz. Komm. Das du die Ehre. Nimm den die Matten. Wirf ihn da rein. Wirf ihn diesen kleinen. Ach rein. Wirf ihn diesen kleinen. Da rein. Ja. Oh! Jo, jetzt ist es eine Dimension. Jetzt komm mal kurz her. Twilight Forest. Ah! Fuck, 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 kurz der Leck. Kurz, ey. Geh da rein! Nein! Ich will da nicht, ich will nicht den Twilight Forest. Jetzt bin ich drinne. Ja. Ja, jetzt bleibst du auch drin. Oh. Oh. Dann pass auf, das sind so starke Boss-Camps. Du bist am Arsch, man. Du kommst auch gleich wieder raus. Das zu generieren. Bei mir steht immer noch Downloading-Terrain. Es wird wahrscheinlich erst am Anfang so übelst lecken. Ja, Anfang dauert es übelst lange. Jetzt wird es eh lange dauern. Timed out. Gut rausgeworfen. Du auch, gell? Ja. Server kaputt. Der Server ist aus. Wir haben den Server kaputt gemacht. Nein. Hey, warum bin ich noch drauf? Keine Ahnung. Ist manchmal so. Egal, jetzt höre ich mich wieder ein. Ja. Okay. Log in. Log in. Log in. Ich bin im Twilight Forest. Das seh ich schon. Ich nicht. Ich spring jetzt rein. Es generiert sich. Wird sehr lange dauern. Oh, ich bin log in. Alles klar bei euch. Äh. Wir haben irgendwie den Server kaputt gemacht mit Twilight Forest. Okay. Oh, Alter. Stopp. Warte, ich hol gleich uns ein paar Rabenfedern. Ah, für die Karte. Ja, genau. Ich hab gelernt. Oh, du bist der Meister. Nein, der ist soweit. Der ist soweit. Der ist soweit. Jetzt hab ich ihn. Oh. Ah. Du kannst mich bald Hexin nennen. doch. Warum regn ich das nur auf einer Stelle? Frage ich mich grad. Ich hab kurz an mich. Was ist das? Was ist das? Nein, geradezu vielleicht nicht. So. Hier bist du? Ich bin hinter dir. Direkt hinter dir. da ist ein Markt das ist Lime die mögliche jetzt und seitlich der Slam ich will nicht beschützen und so sehr viele Wölfe des Stiches Thema dieses und hatte gewohnt bei drei ab doch mehr hier ist und ist ich hab's nicht er hätte man sich vielleicht mal in den Homespawn setzen sollen die Eheer später auf der Waffe das weiß ich nicht und sucht mal das sind nur nicht mehr zurück ist ein richtig um ich habe mich schon letzt mal wird aber dann muss man sterben lassen als so stunden was ist es nicht so ist wie das wie das gehen sollte sie wird eigentlich gehen aber nein bei 10 und 7 nichts wo es total ist ich bin auch ein bisschen an um feier vielleicht zu sammeln die ich suche in der Tat damit du mal schön weiter die kurz zurück nach hause ich suche meine Schuhe und Nahrung so ein kleines 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 es doch da ist naja Prozent ist es schlimmer mir also die Aufnahmezeit überziehen also von 30 Minuten naja wäre doof hey ich hab ein Herz gedroppt bekommen ja ich hab ja das ist geil passt aus ich finde meine Schuhe nicht wetten alle meine Schuhe nein alle Schuhe mit dich auch mal mit Prozent 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 ich komme gleich wieder ich hab mir noch ein paar denn angeben durch sie ist nicht das sind die werden sehr viel angeht jetzt die Sitzende so wie scheiße ganz vieles Limes das Prozent Prozent was ist denn das ich hoffe mal ich sterbe jetzt nicht wieder ich muss gleich zurückkommen kommt zurück kommt zurück ich schlafe mal ich glaube es geht bei mir ein paar schiefsten Sätzen dass es geht einfach auch einer schlägt ja es geht es ist tagsgeworden ich suche kurz mal ein paar Prozent 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 nein ich habe ja im Inventar aber ich glaube nicht dass ich das hätte Prozent 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 aber dann komme ich jetzt mal heim immer Prozent Prozent ich glaube nicht dass du es bist aber aus Prozent 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 gleich mitnehmen um ein Portal 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 wo bist du jetzt ein Erdnissung auf dem Ort ist nicht ich sehe ich nun mit überhaupt nicht der Luft erhält sich abzandert ist noch zwei lebt vor ist ja ich kann mal sein wir kommen lieber er ist da so ich bin daheim da ich bin hier oben doch hier ganz oben Springer Stiefel nein guck mal diese ist mein Hut erklubistisch doch ist meine erste Nacht hier dann jetzt hier 1 2 3 4 hoch und dann auch 4 hoch 1 2 3 nein ich habe nicht mehr genug erläutern ja ich habe gerade eine Anfrage bekommen ich muss ganz kurz ich muss jetzt erstmal weg also von oben also von oben den die Leute da wäre es möglich? ja ganz kurz gehen wir werden dich schon nicht vermissen nein wir werden dich ganz toll vermissen bis später ne tschüss ja bis später ja bis später ja bis später wir sind jetzt bei 17 Minuten aber wenn ich jetzt mehr wenn ich das Fleisch jetzt auch so trocken geht ja gar nicht da nehmen mir 28 Minuten auf ähm 17 aber wie lange wirst du es aufnehmen? user left or channel wo auch mal sehen Leute ich will euch was sagen genau wo ihr dieses schessiges wasserkleines Dingbomb mal seht ich will auch schauen dass mein Smell TV hier verlege dass es einfach nach oben geht am meisten was vorstellen aber ja wir wollen mal kurz einen Weg rein was auch ein großes Problem von uns ist ist halt das Essen der Essensmangel ja größte Problem bleibt kein Teikers und ich hab so viele gemacht ich hab grad die Nummer 2 finden was ich hab überhaupt so ok äh das hier äh jetzt die durch ein an sich wurde geändert scheiße ok witchy so wie am auch war ein gesehen bei erst für viel später was macht ja geht's nicht da oh sorry hab ich ja mal kurz geschlossen warte kurz ok was darf ich denn für warte ok etwas passiert der schütze ab schlecht das stück ich habe es aber okay es sind die ok ob ich überhaupt das Video habe ja ich hab's Video Prozent dass sie denn das das jetzt gibt es wieder dort leute in diesen aufnahmen abgeschmiert aber egal die letzten minuten könnt ihr einfach bei den netten kerl vorbeischauen bei mir auch noch er er hat er und das ist es macht so damit ich jetzt etwas vorankommen ähm so 3S das brauche ich noch kann weg das kann das kann das kann weg das kann auch alles weg was auch mein Samuels das muss da bleiben mach ich mir jetzt erstmal ne Werkbank so jetzt muss sie mir erklären wie das mit diesen um jetzt habe ich hier ein table ja und was muss ich da jetzt drauflegen damit ich da jetzt so ein komm kurz zu dir arcane work table bekomme äh ich bin nicht mehr ins Blut reingetan wo bist du äh hier oben im Chris Haus oder ne ich bin hier ähm Dings so so klar ich habe es nicht so ich habe es ja guck doch mal bei der Flagge da bin ich ja aus dem Geist auch als erst jetzt gemacht wow wenn du wirst kannst du dich an Tür machen die mit deinem Schlüssel aufgeht dann kannst du es auch machen richtig schleiche ja gott ist weg lass mal kumpel in Ruhe da naja es die Tee wird ok neben der Zauberstaub nach rechts mein was aber starten ich hab kein Zauberstaub ich bin einmal auch ein gemacht aber ich wollte es aber es hat auch ein paar Essenzen also ich muss doch erstmal diesen arcane work table machen damit ich mir überhaupt so ein Zauberstaub machen kann mach dir das denn egal hier hier nein das kannst du auch bei ein normales Thema machen ich hab dir mal gegeben mach jetzt rechts klick schicken also auf eins von beiden einfach auf eins von beiden ist dir egal man mach einfach ah ok jetzt hast du den er muss einfach in den Doppelten machen muss weiß nicht so richtig sehr viel braucht zu zweit aber da musst du glaube ich ein Blatt Papier drauf tun und was er hat sich so Blatt Papier drauf tun aber ich muss mir noch mal welche machen davon ich brauche sehr viel heißen so ok passt ich hab eh selber Clay ok jetzt mach ich kurz lieber weiter bei meinem Witchery Modpack Leute wir können heute die Grundlagen machen von Witchery das können wir schaffen PaperStack PaperStack ok ähm Feder Feder User in your channel timed out hier ein Buch mit Feder Book and Quill Kindingsick hab ich zum Glück ein Buch brauch ich ne Inksick hab ich überhaupt nicht Zeit der ist weg also der andere und der wird hoffentlich gleich wieder kommen äh äh was ist denn das von keine Ahnung da ich bin auch ich bin auch das ich habe ich bin ich bin auch immer Kumpel mit Lederhaut ich brauche nur mal Musikers oben mal ganz kurz und die Folge muss ihr gleich beenden da wir schon bei 25 Minuten sind aber das ist ja okay wenn die Folgen lang sind aber wenn ich etwas schaffte ich werde mir ja mal einen Fehler klauen dürfen hat er ein inkseck neu ein M ganz kurz nach Rädern und die Kiste der Riese Kumpf Jens er hat sogar Steckbücher dann noch mal Federn aber kein Inks weg um das weg wo es sich muss ich vergessen schon und nachträglich anfügen was schießt mich denn da ab denn ich brauche noch hier diesen Research Table um das hier zu machen den habe ich das habe ich ja jetzt schon aber ich brauche noch dieses eine ich brauche noch ein Leder dann schaue ich jetzt mal er hat einen Schottbau das muss ich mir alles noch machen dann Wooden Spare Nein gehe ich mal ganz kurz hoch zu Bolli und schaue ob der etwas hat ein Leder ich brauche hier nur ein Leder er hat viele Bücher Eisen Leder alles mit hier drin ich nehme mal ein paar Sticks mit ähm der hat auch kein Leder das kann aber also noch noch ist also das ist das auch das so so ist er hat mir jetzt den Tintensack gegeben das finde ich sehr nice die du stirbst es erst mal mal essen so auf geht's ich nehme ganz kurz noch das Holz hier mit wenn wir die Folge beenden 9 hier hier überziehen schon leicht ich muss ganz schnell machen jetzt oder so Spaß macht so ein Buch muss so glaube ich dahin ging das ist noch mal das dauern und das dauern ja Book and Quill. Och, jetzt kommen Zombies bei mir in die Bude. Nein. Na, egal. Das muss ich in der nächsten Folge schauen. Danke fürs Zusehen. Lasst eine Bewertung da. Lasst ein Abo. Was will ich denn? Was sag ich denn? Danke fürs Zusehen. Drückt die Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Ich muss ganz schnell den noch töten, sonst töte der mich. Jo, und dann... Oh, verdammt, jetzt habe ich das Falsche gemacht. So. Vom Server. Und ciao.